Das ist Josefine. Sie ist 74 Jahre alt und geht gern mit ihren Enkeln in den Bergen wandern. Vor kurzem hatte Josi einen Herzinfarkt. Seitdem ist sie verunsichert. Kann sie wieder in die Berge gehen? Die Ärztin empfiehlt Josi eine kardiologische Rehabilitation, um den Herzmuskel gezielt zu trainieren. Josi fragt sich, wie läuft eine Herzreha ab? Was kommt auf mich zu? Stellen wir uns vor, Josi hätte eine digitale Begleitung an ihrer Seite, die ihr verständliche Antworten auf ihre Fragen gibt. Aber wie könnte so etwas aussehen? Um diese Frage zu beantworten, trafen sich zehn Herzpatienten und sechs Gesundheitsexperten mit Forschern des Ludwig-Boltzmann-Instituts für digitale Gesundheit und Prävention in Salzburg. Im HERO-Projekt wurde gemeinsam erforscht, wie eine digitale Begleitung für Herzpatienten gestaltet sein sollte. Josi hat nun die HERO-App. Damit hat sie einen Überblick über ihren Weg zur Herzreha. Erfahrungsberichte von anderen Herzpatienten motivieren Josi, auch in schwereren Phasen weiterzumachen. Außerdem hilft ihr ein digitales Tagebuch dabei, ihre Gedanken, Erlebnisse und Ziele niederzuschreiben. Zukünftig wird die HERO-App nicht nur Josi helfen, ihren Weg zur Herzreha zu finden.